herzlich willkommen zu diesem video über deine kraft ich möchte dir helfen und einen einfachen weg zeigen wie du an deine wirkliche kraft kommst weil das ist eine frage die ich ganz oft höre von menschen von klienten die sich schwach fühlen klein erfolglos hilflos vielleicht sogar orientierungslos wie komme ich an meine kraft wie komme ich an meine energie wie werde ich erfolgreich das was ich dir sage hilft dir den kern dieser ganzen geschichte zu lösen was nicht funktioniert sind die vielen angebote im äußeren was zu ändern zum beispiel selbstsicherheitstraining kompetenztraining rhetorik training schlagfertigkeitstraining oder sogar auf die körperliche ebene runtergebrochen bodybuilding kampfsport etc das führt alles nicht zum ziel das dient nur als kompensation um das gefühl von schwachheit und orientierungslosigkeit eine zeitlang zuzudecken aber es löst nicht den inneren konflikt dieses gefühl es geht ja darum dass du dich stark fühlst und ins leben gehst und vollgas gibst und dein leben total lebst und nicht rumdümpelst und vor angst dich nicht draus zu bewegen darum geht es ja also wie kommst du dahin dich innerlich in deiner kraft zu fühlen in deiner vollen gestaltungsfähigkeit wie kommst du dahin und der punkt wo das losgeht das ist ein punkt wo du vielleicht gar noch nicht so richtig hingeschaut hast weil es ist viel einfacher es ist viel einfacher als jahrelanges training und aufwändige aktionen im außen worum geht's wenn du wissen willst wie du an deiner kraft kommst wie du in deiner kraft kommst dann geht es zunächst mal darum sich einzugestehen dass du dich eben nicht stark und mächtig und handlungsfähig und frei fühlst und wenn das so ist wenn du das zugeben kannst dann kannst du auch schauen wo das eigentlich genau stattfindet dieses gefühl und wenn du da mal genauer hinschaust und ich werde das jetzt ein bisschen abkürzen damit du nicht wie ich jahrelang forschen und meditieren muss das gefühl von schwäche von nicht in seiner kraft sein bezieht sich immer im kern auf die gestaltungs- und handlungsfähigkeit im beziehungskontext das heißt wenn du dich schwach fühlst im sinne von ich kann mein leben nicht so leben wie ich will oder ich bin vielleicht beruflich nicht erfolgreich und so weiter dann ist das nicht ganz da wo die ursache ist die ursache ist immer dort wo es um beziehungsgestaltung geht das heißt wenn wir sagen ich fühle mich schwach und hilflos und so weiter ich möchte mich stark fühlen ich will in meine kraft dann bedeutet das auf der beziehungsebene tue ich so als erwachsener heute immer noch als könnte ich da etwas nicht gestalten so und was das genau ist das müssen wir uns anschauen aber es ist nichts kompliziertes wenn du das video bis zu ende schaust dann hast du die landkarte was mit dir los ist und du weißt dann genau was zu tun ist das gefühl was wir überwinden wollen ist etwas was ja nicht mehr real ist sondern das hat in der kindheit angefangen wo wir tatsächlich ohnmächtig und hilflos waren und wenn wir das nicht überwunden haben dann fühlen wir uns als erwachsen immer noch so und dann kommt die idee ja ich möchte gerne meine kraft ich will endlich stark sein ich will endlich leben es ist also etwas was nicht mehr real ist so und was das genau ist dazu muss man wissen es gibt letztlich zwei grundlegende beziehungsmuster oder beziehungstypen das ist der autonomie typ und das ist der verschmelzungstyp das heißt wir als menschen haben prinzipiell wenn man das auf den kern runter bricht zwei muster gelernt also entweder das eine oder das andere in schwierigen beziehungssituationen klar zu kommen und das eine muster der autonomie typ ist derjenige der sich prinzipiell zurückzieht der stabilisiert sich bei schwierigkeiten prinzipiell durch rückzug durch rausnehmen der verschmelzungstyp macht es genau umgekehrt der stabilisiert sich bei schwierigen konstellationen immer durch eine hinwendung zu dem menschen es ist also der entgegengesetzte weg eine hinwendung zum gegenüber beispiel wenn es in der partnerschaft einen konflikt gibt dann würde sich der autonomie typ wie zwanghaft zurückziehen das heißt entweder nichts mehr sagen oder sich in sein zimmer einschließen oder rausgehen in die natur ja also er kappt die kommunikation und stellt distanz her das würde ein autonomie typ machen ein verschmelzungstyp würde bei einem konflikt massiv auf den anderen zugehend mit hoher energie und versuchen das problem im kontakt zu lösen allerdings auf eine nicht funktionale weise ja dass aber das jetzt zu erklären würde zu weit führen einfach für dich zu merken entweder bist du jemand der prinzipiell zwanghaft wer wir reden von zwanghaften impulsen und mustern über die wir scheinbar keine kontrolle haben und die uns vielleicht gar nicht bewusst sind also entweder ziehst du dich zurück wenn es schwierig wird mit menschen im kontakt in der beziehung oder du gehst auf den anderen zu in einer fast übertriebenen art und weise so und in eins von den beiden wirst du dich wiederfinden ja vielleicht weißt du es jetzt noch nicht genau aber die meisten werden sich in einem von diesen muster muss dann wieder erkennen und das ist wichtig weil wenn du weißt zu welchem typ du gehörst dann kannst du auch verstehen wie das gefühl von schwäche und sich hilflos und ohnmächtig zu fühlen und nicht in seiner kraft zu sein wo das genau herkommt das ist nämlich bei diesen beiden beziehungstypen oder beziehungsmustern unterschiedlich bei dem autonomie typ ist es so dass dieser zwanghafte rückzug die ursache heute als erwachsener dafür ist dass er sich schwach fühlt das ist die eigentliche ursache dafür also noch mal für den autonomie typ ist das was ihn stabilisiert heute ja was ihn als kind stabilisiert hat heute die ursache dafür dass er sich schwach und nicht in seiner kraft fühlt das zwanghafte zurückziehen das zwanghafte distanz herstellen das zwanghafte aus der kommunikation aus dem kontakt aussteigen und dann entweder in die gedankenwelt in die eigene gedankenwelt zu flüchten oder in körper zustände symptome oder beschäftigung mit dem körper zu flüchten also der rückzug an sich heute als erwachsener ist die ursache dafür dass sich ein autonomie typ schwach und nicht in seiner kraft fühlt weil das bedeutet auf der beziehungsebene dass er was das angeht keine gestaltungsfähigkeit hat weil er zwanghaft diesen mechanismus anwendet und gar nicht auf die idee kommt dass es auch eine möglichkeit gibt mit schwierigen konstellationen im kontakt ohne rückzug umzugehen auf so eine idee kommt der autonomie typ gar nicht und ich rede jetzt natürlich von den starken polarisierung ja also ich beschreibe das jetzt in einer extremen form damit das deutlich wird ist natürlich nicht immer so extrem je weiter man in der heilung kommt desto mehr nähern sich die pole an aber für das verständnis ist es gut das mal so zu beschreiben das heißt wenn du autonomie typ ist und du willst in deine kraft kommen dann ist der erste schritt der allererste schritt ist mal diese idee zuzulassen und wenn du es nur für ein paar minuten mal von mir annehmen kannst dass du prinzipiell bei schwierigkeiten mit menschen bei schwierigkeiten im kontakt in beziehungen die kraft hast da zu bleiben und die situation im kontakt im dialog zu lösen das ist das was dir die kraft und die macht gibt das ist für einen autonomie typ schwer zu hören das ist wie das geht wie durch das der kriegt das gar nicht mit deswegen sage ich es noch mal wenn du zum autonomie typ gehst also wenn du zu den menschen gehst die sich zwanghaft zurückziehen und distanz herstellen egal wie dann ist dein schlüssel zur kraft und zur macht dass du zuerst mal den gedanken zulässt dass es möglich ist bei schwierigkeiten im kontakt in beziehungen da zu bleiben und die situation im kontakt im dialog zu lösen und für den autonomie typ gibt es da im prinzip zwei schwierige konstellationen das ist einmal wenn es zu einer grenzüberschreitung kommt ja in form von angriff oder ähm manipulation und wenn es wenn er eine wegbewegung erlebt das sind die die haupttrigger für den autonomie typ und das ist da wo der impuls sich zurückzuziehen am stärksten aktiviert wird und was ich dir sage ist genau in diesen zwei speziell in diesen zwei situationen kannst du da bleiben wenn du eine wegbewegung erlebst kannst du heute als erwachsener auf menschen zugehen und so lange auf menschen zugehen bis zu wieder einen kontakt hast ich spreche jetzt einfach mit den unbewussten schichten das müssen die hören weil die das nicht wissen ja bei grenzüberschreitung manipulation kannst du auch das problem lösen indem du da bleibst und dich zur wehr setzt verbal zur wehr setzen nein das möchte ich nicht was erlauben sie sich das ist eine unverschämtheit heute ist es nicht mehr notwendig dass du raus gehst dass du flüchtest natürlich wenn du einen gewalttäter vor dir hast das ist natürlich was anderes wenn eine reale gefahr besteht aber das ist ja nicht beim autonomie typ die programmierung die programmierung beim autonomie typ bedeutet bei jeder kleinsten irritation im kontakt in beziehung muss ich weg so und das ist das das ist eben die geschichte mit der du ständig wenn es wenn das so läuft mit der du dich ständig in eine schwache position und ein schwaches gefühl versetzt so und wenn du das mal ausprobiert das ist was ich dir vorgeschlagen habe wirst du mit jedem mal wirst du mehr in deine kraft kommen am anfang kann sich das natürlich beängstigend erstmal anfühlen oder irritierend in jedem fall neu und merkwürdig aber wenn du es immer wieder machst und diesen mechanismus des rückzugs als auto und autonomie typ überwindest dann kommst du in deine kraft und dann wird eine derartige kraft und gestaltungsfähigkeit und kreativität in dir freigesetzt das kannst du dir so vielleicht noch gar nicht vorstellen das ist wie eine explosion ja weil das ist die haupt blockade für den für den autonomie typ das ist die haupt blockade im energiesystem und wenn die überwunden ist dann kommt die kraft die kreativität und die freiheit ja und das ist eine kraft und freiheit die nicht darauf beruht macht über andere zu haben sondern bewusstheit und freiheit und macht über das alte schutzsystem das ist das ja das ist eine kraft und freiheit die unabhängig von umständen ist weil das andere auf ego basierende und kommuniker und kompensatorische macht das basiert immer auf umständen nämlich dass du macht und kraft über andere hast ja zum beispiel indem du dich zum kampfsportler und bodybuilder machst da hast du macht und kraft über andere das ist nicht das ist nicht deine wirkliche kraft sondern deine kraft basiert darauf dass du frei wirst von deinen schutzmechanismen und realisiert ich brauche die gar nicht mehr und das hat dann nichts mehr mit umständen zu tun also das ist die lösung für den autonomie typ für den verschmelzungstyp sieht es genau umgekehrt aus der verschmelzungstyp der zwanghaft auf andere zugeht ununterbrochen in der hinbewegung unterwegs ist zu anderen menschen der wie nichts anderes kennt als hinbewegung ja genau 180 grad grad gedreht zum autonomie typ der verschmelzungstyp erschafft sein gefühl von sich klein schwach und ohnmächtig fühlen durch diese zwanghafte hinbewegung ja der blendet sich selbst aus und bewegt sich zwanghaft auf den anderen zu damit erschafft dieser typ dieses gefühl von schwäche von klein sein von hilflosigkeit warum weil er sich ausblendet ja er verlagert sich zum anderen beim autonomie typ ist es so der blendet den anderen aus ja und verlagert alles zu sich und der verschmelzungstyp macht es umgekehrt wenn du die idee zulässt als verschmelzungstyp ich rede jetzt nur noch über den verschmelzungstyp dass du jemand anderen nicht mehr brauchst für dein überleben dann beginnt deine kraft sich zu entfalten weil das ist die idee die im unterbewusstsein immer noch aktiv ist ich brauche das gegenüber um zu überleben ich brauche diese symbiotische verbindung die ich als kleines kind oder säugling gebraucht hätte um zu überleben das ist diese idee ist immer noch aktiv die stimmt ja nicht mehr weil du einen erwachsenen körper hast wenn du also das zulassen kannst dass du du mit deinem physischen erwachsenen körper keinen singulären menschen im außen mehr brauchst um zu überleben dann löst sich diese unbewusste idee total abhängig zu sein von anderen menschen die löst sich in luft auf puff ja du brauchst niemanden mehr und mit der verpuffung dieser illusion von abhängigkeit kommt deine kraft ja das ist der schlüssel für den verschmelzungstyp der muss also statt sich in andere zu verlieren muss der bei sich bleiben und nicht reagieren auf der beziehungsebene bedeutet das für den verschmelzungstyp nicht zu handeln passiv zu sein beim autonomie typ ist es umgekehrt der muss aktiv werden der muss auf die anderen zugehen das ist dem seine transformation seine heilung das fühlt sich für den aber auch gut an ja vielleicht erst beängstigend dann gut für den verschmelzungstyp ist es genau umgekehrt der muss damit aufhören passiv bleiben nichts tun und warten ja dass etwas im außen auf ihn zukommt und das wird passieren wenn er wartet und offen ist passiert das automatisch ja das das wirkt anziehend auf andere menschen also wie ein sog ja und so kann der verschmelzungstyp erfahren dass er nichts mehr tun muss für die nähe die er heute braucht das passiert wie von alleine ja natürlich kann der sich mitteilen was da ist aber er muss den zugriff auf andere dass in den ständigen zwanghaften zugriff auf andere das damit muss er aufhören und dann wird die kraft frei so und das heißt das ist die kraft unabhängig zu sein niemanden mehr zu brauchen nicht zu ja natürlich zum wohlfühlen brauchen wir uns aber eben nicht mehr zum überleben so das ist da wo der in die kraft kommt der ruht in sich ja und realisiert ich brauche niemanden mehr zum überleben ich komme alleine gleich ich kann alleine existieren ich habe überlebt schön wenn andere menschen da sind dann tausche ich mich aus aber ich höre mit dem zwanghaften dahin springen höre ich auf weil mir das selber nicht gut tut das ist also der schlüssel für die kraft für den verschmelzungstyp und so je nachdem wie du programmiert worden bist wie dein system die kindheit im nervensystem organisiert hat damit klar zu kommen ist eben der schlüssel für deine kraft genau entgegengesetzt deswegen ist es so wichtig zu wissen welcher typ man ist oder welche welche muster man folgt und nochmal diese kraft ist wie ist er eine ruhige kraft ich würde ich möchte nochmal diesen unterschied klar machen eine kraft über andere ist immer eine kompensation wir nehmen nochmal das beispiel bodybuilder kampf sportler das machen menschen weil sie das was ich hier beschrieben habe noch nicht schaffen weil sie das nicht sehen können und nicht kompletiert haben deswegen müssen sie kompensieren das heißt sie fühlen sich schwach dann passiert was machen sie was auf der äußeren ebene egal was das können auch irgendwelche riesen projekte sein oder geld anhäufe sonst was es wird im außen was gemacht um das gefühl ausblenden zu können so und damit ist verbunden macht und kraft über andere so und was ist das dieses über andere der andere das ist letztlich das eigene innere kind der eigene innere anteil das ist das da passiert im aus also in beziehung zum außen und zum innen passiert das gleiche der bodybuilder der kampf sportler der sich stärker und mächtiger als als andere fühlt der fühlt sich mächtiger und stärker als dieser verloren innerer anteil und den projiziert er gleichzeitig nach außen und der er ist aber nie stärker sondern dieser innere anteil ist immer stärker der wird immer wieder das diese versuche stärke und kraft im außen über das außen herzustellen überschreiben das ist je tiefer es angelegt ist im nervensystem im unterbewusstsein desto mehr macht hat es also wird das langfristig so nicht funktionieren und jemand der wirklich in seiner kraft ist der ist grundsätzlich in seiner kraft unabhängig von äußeren objekten unabhängig von äußeren verhältnissen der ist an sich in seiner kraft und realisiert ich kann heute meine beziehungen so gestalten dass es uns beiden und mir gut geht und deswegen kann ich auch mein leben freigestalten mein beruf das folgt dann daraus automatisch andersrum funktioniert es nicht zu versuchen seinen richtigen beruf zu finden damit ich mich dann stark fühlen kann das funktioniert nicht wir müssen immer wieder auf die beziehungsebene zurück dort das problem lösen und dann entfaltet sich alles von alleine und natürlich gibt es dann noch weitere ebenen wenn ich dann anfangen zu meditieren dann kommen noch andere kräfte dazu aber auch das kann ich nicht vorweg nehmen ich kann nicht weil das wäre wieder was über das außen wenn ich jetzt versuche über meditation okkulte kräfte zu entfalten dann löse ich immer noch nicht das gefühl das problem auf der emotionalen beziehungsebene ja dann würde ich vielleicht irgendwann über diese ebene macht über meinen partner versuchen auszuüben dann habe ich wieder macht in bezug auf ein objekt was was keine lösung keine befriedigung darstellt also so viel zur kraft so kommst du in deine kraft und wenn du es im detail wissen möchtest wie das geht oder noch mehr informationen noch mehr rahmen infos noch mehr unterstützung dann empfehle ich dir wie immer mein bestseller den den vagusschlüssel das buch zur traumaheilung mit ehrlich mitteilen daran hast du eine ganz ausführliche beschreibung und wenn ihr als paar das gemeinsam lest und gemeinsam übt dann wird in eurem innern eine tiefe tiefe transformation stattfinden die wirklich zum frieden und zum ankommen führt und das in seiner kraft sein das ist paradox es ist eigentlich nicht ein gegenpol zur schwäche sondern das ist ein in sich ruhen was sich einfach gut anfühlt was viele qualitäten hat kraft liebe wachheit aufmerksamkeit empathie fröhlichkeit freude klarheit da führt's hin das ist das tatsächlich das ist das